In einer Welt der Autos, in der wir uns ja unweigerlich bewegen, ist es heutzutage so, und soweit ist die Mobilitätswende schon fortgeschritten aus meiner Sicht, dass jeder kommunale oder betriebliche Fuhrpark im Grunde ohne ein mikromobiles Fahrzeug nicht mehr zu denken ist. Mein Name ist Stefan Döbrich, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Business auf Rädern GmbH und die Business auf Rädern GmbH konzipiert Mobilitätsprojekte, Mobilitätslösungen mit mikromobilen Fahrzeugen und setzt diese im Anschluss um für Unternehmen und für Kommunen. In der Gründung von Business auf Rädern voraus ging ein Mobilitätsprojekt, was wir damals mit Jugendlichen gemacht haben, und zwar war die Idee, an Bahnhöfen Fahrradstationen aufzubauen, mit dem Ziel, die Jugend wieder in Arbeit zu bringen. Die Nachfrage, gerade bei den Kommunen, in denen wir waren, auch bei Unternehmen nach Dienstfahrrädern und eben auch schon nach Lastenfahrrädern machen. Business auf Rädern hat zehn Mitarbeiter und wir haben Leute im Vertrieb, wir haben Leute im Projektmanagement und vor allem auch im Servicebereich, wo unsere Mitarbeiter dann mit mobilen Werkstätten zu den Kunden fahren und dort dann im Grunde auch Reparaturen und Wartungen durchführen. Business auf Rädern hat sich ja zur Aufgabe gemacht, Flotten von Kommunen und Unternehmen zu managen. Zuvor gibt es aber immer eine Analyse, sozusagen, was gibt es schon? Und wir haben ein modulares System aufgebaut von neuen Modulen und deshalb ist es so, dass wir natürlich mit den Bereichen Planung und Konzeption beginnen und geben dann in den Innendienst, in das Projektmanagement und dann in den Service. Also das Thema Mikromobilität ist nicht ausschließlich ein Thema für Großstädte, sondern auch für Kleinstädte im ländlichen Gebiet, auch Kommunen, die sich vielleicht ein bisschen zergliedern, sozusagen mehrere Ortsteile haben, aber auch Betriebe auf dem Land, die beispielsweise ihren Mitarbeitern das ermöglichen wollen, über ein Dienstrad-Leasing auch das E-Bike privat zu nutzen, um Mitarbeiterbindungen zu forcieren, um einfach auch mal Danke zu sagen an die Mitarbeiter, das haben wir auch oft. Wir bieten ganz verschiedene Fahrzeuge und Fahrzeugkategorien an, also vom klassischen Fahrrad bis hin zum Schwerlasten-E-Bike. Wir gehen nicht von vornherein hin, ihr müsst jetzt hier alle Autos verkaufen und durch Fahrräder ersetzen, aber das ist nicht der Ansatz und das würde auch nie funktionieren, sondern es geht immer nur um Ergänzungen und dann nach und nach eine Ersetzung herbeizuführen. Wir haben natürlich mobile planmäßige Intervallwartungen, dann sagt der Kunde, er möchte alle Vierteljahre oder jeden Monat eine Wartung haben, dann können wir das eintakten, dann fahren unsere Kollegen dorthin mit den mobilen Werkstätten und wenn es Reparaturen gibt, dann rufen die Kunden an, entweder wir haben ein direktes Servicetelefon oder eine Hotline und dann kommt das zu unseren Kollegen im Indienst, die planen das und dann fahren die Kollegen los und dann wird die Reparatur durchgeführt. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich alles wollte. Ich wollte in jede kleine Nische, die ich gesehen habe, rein und sagen, wir machen das alles, aber man verzettelt sich da oft schnell und meine Empfehlung wäre wirklich zu sagen, wir fokussieren uns auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung und versuchen die erstmal ans Laufen zu bekommen. Dieses Gefühl, dass es genau das Richtige ist, das ist glaube ich das Geheimnis bei Gründern, dass sie dafür brennen. Ich habe bei einem Netzwerktreffen jemanden von der Sparkasse kennengelernt und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben darüber gesprochen, was Business auf Rädern eben macht. Ich war auch nicht ganz zufrieden damals mit meiner Hausbank und da meinte ich, Mensch, lass uns da nochmal reden, wir haben hier Projekte vor, da brauchen wir einfach Unterstützung, die können wir nicht aus eigener Kraft stemmen und es ging alles super schnell und super reibungslos und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich genauso, stelle ich mir die Zusammenarbeit auch mit einer Bank vor und das ist bis heute der Fall. Also es ist sehr unkompliziert und sehr schnell vor allem. Als nächstes sind Projekte mit Wohnungsbaugesellschaften, die wir gerne umsetzen wollen, wo wir schon kurz davor sind, aber auch mit Kommunen, die Sharing-Systeme implementieren wollen. Das heißt, für Verwaltungen, wo eben nur Mitarbeiter von Verwaltungen auch ausleihen können oder auch auf großen Betriebsgeländen sind wir so weit, dass wir eben eine komplette Sharing-Lösung anbieten können, die über eine App funktioniert. Es geht ja auch um CO2-Abdruck und da kommen solche Lösungen absolut gelegen und da sind wir noch dabei und das werden wir in diesem Jahr noch in die Wege leiten.